Ja, auch von meiner Seite hier auf Bühne 2, herzlich willkommen zur FOSCIS-Konferenz 2021 online und natürlich digital in Rapperswil. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben hier auf Bühne 2. Das heißt, Sie haben es soweit geschafft, Vendulous zu bedienen. Das sollte eigentlich alles kein Problem sein, denke ich. Wir starten gleich mit dem ersten Vortrag von Till Adams und Guido Riembauer zum Thema Geoprocessing und Change Detection. Wie kann die GIS-Welt von fernerkundlichen Daten profitieren? Sicherlich ein sehr spannendes Thema, von daher bin ich gespannt, was die beiden uns erzählen. Wenn Sie während des Vortrags Fragen haben, im Anschluss machen wir das wie bei einer klassischen Konferenz, dass wir noch Fragen beantworten können. Im Vendulous sehen Sie zwei Tabs auf der rechten Seite, einmal Chat und einmal Fragen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen dort direkt reinschreiben und im Anschluss machen wir dann halt, wie gesagt, eine kleine Fragerunde. Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Vortrag zum Thema Geoprocessing und Change Detection und bin gespannt, was die beiden Vortragen uns erzählen. Viel Spaß. Bitteschön. Ja, herzlich willkommen. Leider nicht gemeinsam zusammen in Rapperswil, sondern wie es da unten steht, sondern dann eben doch remote, wie es leider der Situation aktuell geschuldet ist. Mein Name ist Till Adams. Ich spreche zusammen mit meinem Kollegen, dem Guido Riembauer. Der wird den zweiten Teil des Vortrags halten. Wir sind beide von der Firma Mundialis GmbH aus Bonn und wir reden heute über Geoprozessierung und Change Detection, beziehungsweise wir wollen der Frage nachgehen, wie kann die Welt, wie kann die GIS-Welt von fernerkundlichen Daten profitieren. Wir machen das so, dass wir eine kurze Einleitung geben und dann, das steht ja auch schon im Programmheft, haben wir uns drei Beispiele aus laufenden Projekten aus unserer Firma rausgesucht, die so ein bisschen das Portfolio mal aufzeigen oder auch aufzeigen, was kann ich denn mit Fernerkundungsdaten eigentlich alles machen? Was kommt da hinten raus? Und werden dann am Ende, wir sind ja hier auf einer GIS-Konferenz, natürlich ein bisschen noch auf die Technik eingehen und eben zeigen, mit welcher wunderbaren Open-Source-Software man all diese Dinge, die wir da vorher erklären, machen kann. Ganz kurz, was machen wir bei Mundialis? Im Grunde genommen beschäftigen wir uns mit den Themen Open-Source-GIS und Remote-Sensing oder Open-Source-GIS mit einem Schwerpunkt auf Remote-Sensing und immer, wenn man mit Remote-Sensing zu tun hat, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal alle gehört, dann hat man es in der Regel auch mit großen Datenmengen zu tun. Insofern ist das Thema High-Performance-Computing für uns eben auch ein sehr, sehr wichtiges, um eben Prozessabläufe, die wir entwickeln und implementieren, eben Open-Source-GIS, vornehmlich ist das ein Grass-GIS bei uns, eben auch so zu parallelisieren und so skalierbar zu machen, dass die eben auch in einer adäquaten Zeit gerechnet werden können. Und am Ende kommen dann Karten raus oder auch Reports, die eben einfach für Entscheidungsgrundlagen helfen sollen. Das ist so im Grunde genommen eigentlich das Kerngeschäft, was wir betreiben und da zeigen wir, glaube ich, heute auch einen sehr schönen Ausschnitt raus. Wenn jetzt ein Schritt weiter geht und auch vielleicht mal auf mich geht, ich bin ja Geograf, wir können ja bekanntlich alles ein bisschen und nicht so richtig. Und als wir Mondiales angefangen haben, die Mondiales übrigens vor ein paar Tagen sechs Jahre alt geworden, wenn man den Datum des Handelsregisteranzugs mal zugrunde legt, dann hat die Fernerkundung eigentlich viele bunte Bilder, die teilweise auch sehr hübsch anzuschauen sind. Wenn man jetzt da mal links auf die Deutschlandkarte guckt mit der Landbedeckung oder auch oben rechts, wo wir Oberflächttemperaturverteilungen sehen, dann sind das eine Menge schöne bunte Bilder. Und die Frage ist eigentlich, ist da noch ein bisschen mehr dahinter oder wie kommen diese bunten Bilder eigentlich zustande? Und das ist die Fragestellung, die wir uns heute eigentlich so ein bisschen widmen wollen. Wir wollen aber auch nicht verschweigen, dass man natürlich auch den Blick mal von der anderen Seite richten kann und kann sagen, naja, hier, ihr in eurer GIS-Welt, ihr habt ganz tolle Software, ihr habt QGIS, ihr habt PostGIS, ihr habt einen Map-Server, Map-Bender oder Shogun als Web-Mapping-Frameworks, ihr habt einen Geo-Server, GrasGIS und was nicht alles. Aber da hat ja schon ein sehr kluger Mensch, auch viel zitiert, der Skyler Oerle, im Jahr 2011 auf der Phosphor-G in Denver gesagt, ja, dass diese ganze Software ja eigentlich wertlos ist, wenn man keine Daten hat. Und insofern haben wir uns halt überlegt, naja, wenn man es jetzt mal vielleicht einfach sehen möchte, dann könnte man ja im Prinzip sagen, okay, GIS ist die Software und die Fernerkundung, das sind sozusagen die Daten. Wir wissen alle, dass das zu plakativ ist und natürlich nicht stimmt, weil wenn ich jetzt mal die Definition von einem Geoinformationssystem angucke, ist es natürlich mehr als rein die Software. Da sind eben Prozessabläufe, Daten und was weiß ich alles mit drin und die Fernerkundung nur auf die Daten runterzubrechen, wäre auf der anderen Seite aber genauso ungerecht, weil Fernerkundung eigentlich viel, viel mehr ist als ein reiner Datenlieferant. Und letzten Endes liegt das Potenzial vor allem eben auch in der Analyse von den Daten. Und da lohnt es sich eigentlich mal so ein bisschen auch auf so Hauptcharakteristika von Fernerkundungsdaten zu gucken. Ich habe mir überlegt, wenn man sich das jetzt mal vorstellt und das habe ich tatsächlich viel erlebt. Die meisten von euch werden ja sicherlich schon von dem Sentinel-Programm, Copernicus-Programm mit dem Sentinel-Satelliten-Programm der EU gehört haben. Und es gibt das sogenannte Sentinel-2-Programm, was letzten Endes optische Daten liefert. Also wenn man es ganz doof formulieren will, sagt man, das sind Luftbilder. Die haben natürlich eine Auflösung von um die 10 Meter, eine Bodenauflösung von um die 10 Meter. Da rennt die alle weg. Das ist natürlich, wenn man es so betrachtet, eine sehr, sehr schlechte räumliche Auflösung. Wenn ich im Vergleich Luftbilder betrachte, die ich jetzt bei Open NRW runterladen kann, dann habe ich 10 Zentimeter. Wenn man jetzt aber genauer mal auf diese Daten guckt, ich meine, da fliegt ein Satellit, der fliegt kontinuierlich um die Erde und macht Bilder und liefert alle zwei bis drei Tage ein komplettes Bild der Erdoberfläche. Dann habe ich vielleicht eine schlechte räumliche Auflösung. Ich habe aber eine sehr hohe und eine sehr kontinuierliche zeitliche Auflösung. Wenn ich jetzt gucken will, wie sich Räume verändern und will das mit Luftbildern machen, mit 10 Zentimetern, dann habe ich natürlich A, riesen Datenmengen. Und B, meines Wissens nach, ist so der durchschnittliche Schnitt einer Neubefliegung mit Luftbildern, der liegt so bei zwei bis drei Jahren. Das heißt, wenn ich lange Zeiträume zurückgucke, dann mag das Sinn ergeben, wenn ich aber Veränderungen relativ schnell und wir leben in einer dynamischen Zeit betrachten möchte, dann hilft mir das vielleicht, wenn ich tatsächlich eine hohe zeitliche Auflösung habe und betrachte dann vielleicht auch größere Räume. Und da ist es eben, wie gesagt, das ist ein eindeutiges Charakteristika von Fernerkundungsdaten, dass wir vielleicht eher eine mäßige, räumliche, aber oft eine hohe zeitliche Auflösung haben. Zweiter Punkt ist, ich bin räumlich nicht an irgendwelche Grenzen gebunden. Ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, ich habe das vor Jahren mal das Problem gehabt, WMS von zwei Bundesländern in eine Kartenapplikation zu kriegen. Die haben aber beide ihr Gebiet ausgestanzt und drumherum einen schwarzen Rand gemacht. Das war eine ziemliche Herausforderung, ist heute sicherlich einfacher geworden. Die Probleme haben wir natürlich nicht, weil der Satellit nimmt einfach komplette Streifen und Räume auf an der Stelle. Das so ein bisschen vorweg als Theorie in der nächsten Folie dann doch ein bisschen praktischer eigentlich werden. Ich habe einfach mal geguckt, was so an Ausschreibungen in den letzten Jahren gelaufen ist in Bezug der Fernerkundung. Da gab es eine Ausschreibung vom BBSR 2019, wo es um die Informationsgewinnung zum Gebäudebestand in Deutschland ging. Das war eher eine Konzeptentwicklung, mal zu gucken, was kann ich denn in Bezug auf Gebäude aus erhältlichen Fernerkundungsdaten rausholen. Eine weitere Ausschreibung war vom Eisenbahnbundesamt, wo es um die Ableitung des Baumbestandes entlang des Schienennetzes ging. Was natürlich eine sehr spannende Fragestellung ist im Hinblick auf eine Gefährdungsbewertung entlang von Bahnstrecken. Waldholz NRW hat 2019 ausgeschriebene Karte der Baumartenklassifikation für die gesamte Landesfläche von NRW. Und diese Karte, man kann natürlich jetzt vermutlich nicht die Stieleiche von der Traubeneiche aus dem All unterscheiden, aber ich kann sicher sehr wohl unterscheiden, ob da ein Nadelwald oder ein Laubwald ist. Das kann ich natürlich sehr einfach für die gesamte Fläche machen. Ebenso bei Sachsenforst, wo es um die Erfassung von Schadflächen und Freiflächen ging, Stichwort Windwurf und ähnliche Dinge, oder schlussendlich ein Projekt, was wir tatsächlich aktuell auch noch bearbeiten bei Mondiales, wo es um die Entwicklung von verschiedenen Verfahren, muss man eigentlich sagen, zur Veränderungsdetektion im Raum ginge. Und das eben mit Luft- und Satellitenbildern in Kombination. Das unterstützt sehr die Landbedeckungs-, Landklassifikationskarte des RVRs weiterzuentwickeln und eben auch aktuell zu halten. Das sind so Beispiele. Nicht denken, wir haben die alle gemacht. Das waren teilweise Ausschreibungen. Wir haben teilweise teilgenommen. Teilweise haben wir sie gewonnen. Teilweise nicht. Nicht, aber einfach, um mal so einen Rundumschlag zu geben. Und jetzt vielleicht dann doch konkret zu unseren drei Beispielen. Das allererste Beispiel, da geht es um die Detektion von Oberflächenbeschaffenheiten aus Autofotos. Und da stellt man sich sicherlich zuerst mal die Frage, warum macht ihr das denn eigentlich? Und da muss ich halt leider sagen, so ein Datensatz, der mir Auskunft darüber gibt, habe ich eine unversiegelte Fläche, habe ich eine Vegetation, habe ich Straße, Straßenbreiten zum Beispiel. Diese Daten, die gibt es in Deutschland so nicht. Es gibt in USM verschiedene Tags. Das sind aber auch viel Schätzungen und oft sind sie auch nicht wirklich ausgefüllt. Und wir brauchten diesen Datensatz einfach, um Aussagen zu kosten bei der Verlegung, ganz konkret von Glasfaserkabeln zu machen. Da wurde im Prinzip auf so einer Oberfläche ein idealisiertes erstes Kabelnetz geplant. Und da ist eine manuelle Erfassung, die ist bei solchen Datenmengen, für solchen Ausbaugebieten, die ist tatsächlich nicht leistbar. Und auch, was tatsächlich passiert, aber eine reine Befahrung mit diesen Autos, mit den Rundumkameras und allem, die reicht natürlich auch nicht aus, weil die Kabeltrassen natürlich auch da verlaufen können, wo vielleicht das Auto gerade nicht langfährt, weil da keine Straße ist. Aber viel günstiger ist, hinten durch den Hinterhof sozusagen ein langes Kabel zu legen, als außenrum im Riesenbogen die Straße entlang. Vor allem ist es wesentlich billiger. Und in dem Fall fließen Ortofotos ein von den Open NRW-Daten. Wer die kennt, der weiß, dass die manchmal auch im Winter aufgenommen sind. Und wenn man über einen Vegetationsindex da rangeht, dann hat man bei unbelaubten Bäumen Pech. Das heißt, in dieses ganze Verfahren sind tatsächlich noch Sentinel-Daten eingeflossen, um sozusagen großräumig zu erkennen, wo ist denn eigentlich Vegetation, auch dort, wo uns die Luftbilder das vielleicht gar nicht hergeben. Also da hängt noch ein ganzer Daten-Stack sozusagen hinten dran. Aber im Wesentlichen haben wir die Luftbilder als eine Grundlage genommen. Da, wo wir sie dank Open Data bekommen konnten, haben wir die LiDAR-Point-Clouds oder auch die digitalen Oberflächendaten genommen. Dann sind noch eine ganze Menge andere Daten aus Alkis, OSM und Ähnlichem eingeflossen. Und am Ende kommt sowas hier schlussendlich heraus. Das heißt, ich habe eine Klassifikation. Unversiegelt Bäume, versiegelte Flächen, Gebäude, Wege, Straßen und Wasser. Im Moment arbeiten wir noch an der Verfeinerung dieses Datensatzes. Und der ist letzten Endes dann eben ein Basisdatensatz, der schlussendlich dann in die weitere Bearbeitung einfliegt. Und ich würde jetzt drüber geben zu meinem Kollegen, dem Guido. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Zeit geklaut. Und würde dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Till. Ich möchte jetzt die weiteren Beispiele präsentieren. Zum einen wäre das eine Landbedeckungsklassifikation basierend auf Sentinel-2-Daten, und zwar deutschlandweit. Warum haben wir das gemacht? In diesem Projekt geht es darum, dass verlässliche Informationen zum Flächenverbrauch und zur Landnahme erstellt werden müssen. Hintergrund ist der, dass es politische Absicht in Deutschland und in anderen Ländern ist, den Flächenverbrauch und auch die Landnahme zu reduzieren. Allerdings sind Statistiken, die für die Entscheidungsfindung in diesem Zusammenhang gebraucht werden, häufig auf Basis von amtlichen Katasterdaten erstellt worden. Und in den amtlichen Katasterdaten, also vor allem in Alkis zum Beispiel, ist in erster Linie eine Information über die Landnutzung enthalten, aber nicht unbedingt über die Landbedeckung. Das heißt, wenn sich in Alkis etwas verändert, können wir eigentlich nicht daraus schließen, dass sich auch eine physische Veränderung der Landoberfläche an diesem Ort vollzogen hat. Dementsprechend wollen wir hier Fernerkundung nutzen und Klassifikationen erstellen, die den wirklichen, tatsächlichen Zustand der Landoberfläche zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigt. Dazu haben wir deutschlandweite Klassifikationen mit einer Auflösung von 10 Metern für die Jahre 2016, 2019 und 2020 erstellt. Hier rechts schon mal ein Beispiel. Und diese Klassifikationen sind auch als Open Data verfügbar. Auf unserer Homepage hier unten ist der Link auch abgebildet. Ja, wir haben da ein Verfahren entwickelt, um automatisch Trainingsdaten aus den Sentinel-2-Daten sowie weiteren Hilfsdatensätzen zu generieren, um so deutschlandweit einen einheitlichen Datensatz zu erstellen. Hier links nochmal die fertige Klassifikation, ein Ausschnitt aus der Region Köln-Bonn, wo wir uns auch befinden. Und wenn man jetzt mehrere dieser Klassifikationen der verschiedenen Zeitpunkte miteinander verbindet, dann lässt sich Veränderungen feststellen, wie hier im rechten Beispiel. Es geht ja uns jetzt in diesem Projekt vor allem um Flächennutzung und Landnahme, das heißt vor allem um Veränderungen von Infrastruktur und Siedlungsflächen. Und hier rechts in pink sind jetzt Flächen dargestellt, die zwischen 2016 und 2019 neu bebaut werden, also vor allem Siedlungs- und Industrieflächen. Hier haben wir ein einfaches Verfahren der Change Detection angewendet. Wer mehr zum Thema Veränderungsanalyse erfahren möchte, dem empfehle ich noch den Vortrag von Patrick Knöfel ebenfalls in dieser Session. Aus diesen Informationen lassen sich dann schließlich Indikatoren berechnen, die Statistiken zur Flächennutzung und Flächenverbrauch enthalten. Hier am Beispiel von NRW zum Beispiel ein statischer, klassischer Indikator, der einfach die baulich geprägte Fläche innerhalb einer administrativen Ebene, hier die Kreise darstellt, hier im linken Bild. Oder im rechten Bild ein dynamischer Indikator, der die Anbindung von neu gebauten Flächen an den öffentlichen Personennahverkehr zeigt. Und diese Indikatoren können jetzt eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage zum Thema Flächenverbrauch und Landnahme bieten, als es die amtlichen Daten vermögen. Ein letztes Beispiel ist eine Hochwassergefahrenkartierung mithilfe von Sentinel-1-Daten. Hier ist das Ziel, eine Abschätzung von Schäden und Verlusten durch Hochwasserereignisse durchzuführen, und zwar unabhängig, und zwar überall auf der Welt mit der gleichen Methodik. Wir nutzen hierzu Sentinel-1-Daten, denn Sentinel-1 hat mehrere Vorteile in Bezug auf die Hochwasserdetektion. Zum einen ist es ein Radarsystem. Das heißt, die ganze Aufnahmegeometrie und das ganze Aufnahmeprinzip ist komplett anders als bei optischen Satelliten wie bei Sentinel-2, denn in diesem Fall werden aktiv Radarwellen zur Erde gesandt, und der Anteil der zurückgestreuten Strahlung wird gemessen. Das heißt, es ist ein aktives System, und das wiederum bedeutet, dass das Wetter unabhängig ist, also auch bei Wolkenbedeckung arbeiten kann. Wir bekommen also viel zuverlässiger auch Fernerkundungsdaten. Weiterhin lassen sich aus Sentinel-1-Daten besonders gut Wasserflächen erkennen, wie man hier auch im rechten Beispiel sieht. Diese haben eine geringe Rückstreuung und werden daher besonders dunkel hier im Bild dargestellt. Wenn wir jetzt also eine Zeitreihenanalyse machen und alle Sentinel-1-Daten eines Jahres analysieren, können wir so den Verlauf von Hochwasserereignissen im Jahresverlauf beobachten und daraus Statistiken generieren. In diesem Projekt haben wir mit den Behörden in Ecuador zusammengearbeitet, sodass wir räumliche Statistiken zu Hochwasserereignissen in verschiedenen Bundesstaaten Äquadors durchgeführt haben. Wie gesagt, wir kombinieren also alle Sentinel-1-Szenen eines Jahres für ein bestimmtes Gebiet, extrahieren die Hochwasserflächen und berechnen dann Hochwasserhäufigkeit und mithilfe eines digitalen Geländemodells auch die Hochwassertiefe der einzelnen Ereignisse. Hier im rechten Beispiel sieht man einen Ausschnitt um die Stadt Babahoyo in Ecuador, die die Hochwasserhäufigkeit zeigt. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, denn hier sieht man, dass sehr viele Flächen sehr häufig überschwemmt waren. Das hat hier allerdings den Hintergrund, dass dieses Gebiet vom Reisanbau geprägt wird. Das heißt, der Großteil dieser Überschwemmungen war durchaus absichtlich und hat überhaupt keine Schäden oder dergleichen verursacht. Und in diesem Beispiel sieht man auch, dass es wichtig ist, diese Erkenntnisse und diese Daten noch mit weiteren Geodaten zu kombinieren, um aussagekräftige Indikatoren und Modelle der Risikomodellierung überhaupt anwenden zu können. Wenn man diese Kombination dann durchführt, bekommt man eben auch, ähnlich wie beim letzten Beispiel, so Indikatoren, die Aussagen treffen können über die Auswirkungen von Hochwassern in einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Gebiet. In diesem Fall links ist, auf Englisch heißt es Flood Severity. Ich habe es mal mit Hochwasserauswirkungen übersetzt, was also den Schweregrad von Hochwasser in einem bestimmten Jahr visualisiert und rechts die Vulnerabilität, also die Anfälligkeit eines bestimmten Gebiets gegenüber der Gefahr Hochwasser. Das waren unsere Beispiele. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Technik eingehen, die da zum Einsatz kommt. In eigentlich allen unseren Projekten nutzen wir die Geoprozessierungssoftware Actinia. Und Actinia ist im Grunde eine REST API, Open Source, zur Prozessierung von großen Geodatenmengen. Actinia basiert auf GrasGIS, das vielleicht die meisten bereits kennen. GrasGIS ist ein Open Source Geoinformationssystem, das bereits eine große Spanne an Tools zur Vektor- und Rasterverarbeitung bietet, aber auch zur Verarbeitung von raumzeitlichen Analysen. GrasGIS ist außerdem leicht erweiterbar, zum Beispiel durch das Schreiben von eigenen GrasGIS-Add-ons. Mit Actinia ist es jetzt möglich, Prozessketten zu definieren, die also eine beliebig lange Reihe an GrasGIS-Kommandos enthalten und diese dann vollautomatisch durchführen zu lassen. Dabei kann man auf eigene lokale Daten zurückgreifen, aber auch direkt über Schnittstellen an bestehende Fernerkundungsarchive anknüpfen, also sich problemlos Sentinel-Daten, Landsat-Daten etc. in die Actinia-Analyse ziehen. Actinia bietet auch noch ein Job- und Quotermanagement zu effektiven Ressourcennutzen und ist seit März 2019 auch anerkanntes OS-Geo-Community-Projekt. In unseren Projekten nutzen wir Container-Technologie wie Docker und Kubernetes, um Actinia zu deployen und dieses dann auch mit Hilfe von OpenStack beziehungsweise OpenShift skalierbar zu machen. Actinia kann dabei entweder als Standalone-Software genutzt werden oder ist aber auch integrierbar in bestehende Geodaten-Infrastrukturen, zum Beispiel durch Schnittstellen zu zum Beispiel Geo-Server. Wie gesagt, Actinia ist Open Source und die vorgebauten Docker-Images sind auch über den unten rechts abgebildeten Link erhältlich. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Vortrags. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir würden uns sehr über die eine oder andere Frage freuen. Vielen Dank. Ja, danke auf jeden Fall für den sehr spannenden Vortrag, muss ich sagen. Till Adams und Guido Riembauer. Wirklich spannend, was mittlerweile alles mit den Satellitendaten geht. Ich gucke mal direkt bei den Fragen. Ich glaube, ihr habt das so gut erklärt, dass das Publikum zumindest bis jetzt keine Fragen hat. Vielleicht könnt ihr noch einmal kurz sagen, wo man die Sentinel-2-Daten bekommen kann. Das ist vielleicht dann auch für die Leute interessant, die sich mit den Daten auseinandersetzen wollen. Das wäre vielleicht noch eine interessante Information. Ansonsten habt ihr ja erzählt, dass die Software quasi auch bei GitHub liegt, etc. Genau. Und wenn jetzt noch Fragen zwischendurch reinkommen, dürfen die natürlich trotzdem gerne einfach gestellt werden. Dann können wir die noch mit aufnehmen. Von daher wäre es schön, wenn einer von euch noch mal kurz vielleicht ein, zwei Informationen zum Sentinel generell, wo man das herbekommt, erzählen könnte. Guido, da bist du da der Experte. Ja, sehr gerne. Die Sentinel-2-Daten kann man von verschiedenen Quellen herunterladen. Der offizielle Weg ist im Grunde der Copernicus Open Access Hub. Da muss man sich einfach nur einen Account machen und kann dann eigentlich auf alle Daten, die es so gibt, zugreifen. Das Problem dort ist ein bisschen, dass es ein Langzeitarchiv gibt. Das heißt, Szenen, die älter als ein Jahr sind, werden in das Langzeitarchiv verschoben. Und das muss man dann erst mal so ein Re-Upload triggern. Das heißt, man kann eine Szene bestellen, dann wird sie neu hochgeladen. Das kann dann durchaus ein paar Stunden oder sogar Tage dauern. Deswegen gibt es auch noch Alternativen, wie zum Beispiel den USGS Earth Explorer, wo man auch klassischerweise schon mal Landsat-Daten herunterladen konnte. Dort kann man auch Sentinel-2-Szenen herunterladen, und zwar ohne Langzeitarchiv. Und ebenso über den Google Cloud Storage lassen sich alle Sentinel-2-Szenen, die es so gibt, herunterladen. Wer dafür auch GRAS benutzt, hat den Vorteil, dass es ein Add-on gibt, das heißt iSentinel Download. Damit lassen sich alle dieser Quellen, die ich eben genannt habe, auch direkt ansteuern und so Szenen suchen, filtern und herunterladen. Das klingt doch auf jeden Fall interessant und gut. Und für alle, die nicht wissen, dass es quasi kostenfrei ist. Also man muss für die Sentinel-2-Daten auch kein Geld bezahlen. Also es ist wirklich Open Data nochmal vielleicht. Das als Hintergrund dazu. Ich gucke nochmal eben in die Tabs. Tatsächlich tauchen jetzt nämlich Fragen auf. Nehmen wir mal das mit den meisten Votes. Bitte mehr Infos über Actina habe ich noch nie gehört. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal in der Minute erklären. Actinia, das ist übrigens eine Sehanemone. Da kommt der Name her. Vielleicht kann man sich es am einfachsten so vorstellen. Actinia ist im Grunde genommen die API, die man oben auf, oder eine Web-API, die man oben auf GRAS-GIS, aber eben auch auf andere GIS-Libraries draufsetzen kann, die dann in einem standardisierten Format Anfragen entgegennimmt und im Grunde genommen dann im Hintergrund an zum Beispiel GRAS-GIS weiterleitet. Und der Clou ist eigentlich, dass Actinia nicht nur die Anfrage entgegennimmt und weiterleitet, sondern eben in der Lage ist, dass auf einer Cloud-basierten Architektur Anfragen eben auch entsprechend zu verteilen. Wenn wir hier über Sentinel-Satellitendaten reden, dann reden wir über sehr, sehr große Datenmengen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter, weshalb das Ganze entstanden ist. Mittlerweile ist das ein bisschen erweitert worden. Der Guido hat es ja in seinem Vortragsteil auch gesagt. Es gibt verschiedene Module, womit ich zum Beispiel direkt auf Sentinel oder auch Landsat-Archive zugreifen kann. Sprich, ich mich gar nicht mehr selber direkt darum kümmern muss, wie ich auf diese Daten oder wo ich die eigentlich herbekomme an der Stelle. Actinia ist seit zwei Jahren auch ein OSGEO-Community-Projekt. Also auch auf der OSGEO-Webseite gibt es ein paar Infos. Da ist es auch verlinkt, auch das GitHub-Repo. Und wer da vielleicht was genauer wissen will, der kann uns aber auch gerne im Nachgang und wieder mich oder den Guido einfach auch nochmal anschreiben. Da können wir sicherlich dann nochmal etwas dezidierter drauf zugehen. Letzter Tipp dazu noch. Es gibt einen sehr, sehr guten Vortrag. Den hat die KAM-Entwicklerin bei uns auf der Phosphorgie in Bukarest gehalten. Also wenn man da in den Archiven guckt, da ist wirklich ein Vortrag nochmal ganz dezidiert. Das hat nur Actinia auch wirklich sehr, sehr gut erklärt. Da fehlt vielleicht auch weiter. Genau. Eine letzte Frage schaffen wir vielleicht auch noch. Waren die Geländemodelle zur Tiefenberechnung der Überflutung Open Data und welche Auflösung hatten diese? Genau. Dazu hatten wir verschiedene Geländemodelle ausprobiert und sind letztlich mit dem Open Data Geländemodell mit 30 Metern Auflösung auch, haben das letztlich auch genutzt. Also es ist im Grunde das klassische SRTM-Modell. Das heißt dann allerdings NASA-Dämmen. Es wurde also durch die NASA noch etwas aufbereitet. Wir haben auch mit weiteren Geländemodellen herumgetestet. Es gibt zum Beispiel noch proprietäre Modelle, die von der Tandem-X-Mission erstellt wurden. Da ist das Ganze allerdings teilweise noch sehr Artefakt verunreinigt, sage ich mal, sodass wirklich das NASA-Dämmen einfach dadurch, dass es das SRTM-Geländemodell schon so lange gibt, die beste global anwendbare Quelle für freie Geländemodelle ist. Untertitelung im Auftrag von funk, 2017 Aus coração offen Conne pandemic Untertitelung des ZDF, 2020